Schau dir mal dieses Video an von drei Hunden, die im Schnee herumspielen. Das scheint ihnen zu gefallen und wenn man das so sieht, woher denkst du, stammt das Video? Wahrscheinlich von jemandem, der das im Winter gefilmt hat, als wir noch schönen Schnee hatten. Deshalb ist das ja nicht der Fall. Also wahrscheinlich irgendwie von einer Stock-Videoseite oder ähnlichen Quellen. Hier mit einer Katze, das ist ja allgemein im Netz ziemlich beliebt, dass man süße Katzenvideos macht. Das hat hier wohl jemand gefilmt, vielleicht der Freund von der Frau. Und Video Nummer drei, das zeigt wahrscheinlich einen Schauspieler, der hier Dreharbeiten zu einem neuen Film absolviert. Hier ist nochmal einer, das sieht alles ziemlich, ja, das könnte ein Trailer von einem Film sein, oder? Und für die Fans von Animationsfilmen, hier nochmal einen, den hat bestimmt jemand in mühevoller Kleinarbeit erstellt, der hier die Figur gezeichnet hat und die Animation da reingebracht hat. Das war gelogen, denn alle Videos, die du gesehen hast und jetzt noch im weiteren Verlauf des Videos sehen wirst, die stammen von Sora. Und Sora ist eine künstliche Intelligenz oder eine sogenannte künstliche Intelligenz aus dem Hause OpenAI. Das kennen wahrscheinlich viele von euch spätestens seit ChatGPT. Und all diese Videos, die wurden von Sora künstlich generiert. Das heißt also, sowohl den Hund als auch die Katze und den Schauspieler, die hat es nie in Wirklichkeit gegeben. Die hat nie jemand in der Realität mit einer Kamera aufgenommen. Die sind alle künstlich generiert. Das Spannendste finde ich hierbei, dass OpenAI betont, alle Beispielvideos, und das sind viele, insgesamt hat man fast 50 Stück dort zur Verfügung gestellt, die wurden ohne Veränderungen direkt von Sora erstellt. Also keine Schnitte oder andere Veränderungen. Das finde ich eine wichtige Erwähnung, denn erst vor wenigen Wochen hatten wir ja bei Google, ja, eine Enttäuschung erleben müssen. Die haben nämlich auch eine KI vorgestellt, die soll mit ChatGPT oder GPT-4, das ist ja das Modell dahinter, soll in Konkurrenz treten. Da waren alle zuerst beeindruckt, weil die durchaus gute Ergebnisse vorweisen konnte. Nur leider hat sich herausgestellt, dass diese Demo, ja, da ist das meiste zusammengefakt worden. Da hat Google erst behauptet, man hat das zur Beschleunigung hier, also dass die Abläufe nicht so langsam dargestellt werden, hat man das zusammengeschnitten. Doch am Schluss mussten sie zugeben, da war ziemlich viel von dem Video manipuliert und aus dem Grunde ist es eben doch nicht so beeindruckend, wie man es hier vorgestellt hat. Finde ich übrigens ein gutes Mahnmal, dass man sich bei so KI-Geschichten immer ein bisschen vorsichtig erst mal das Ganze anguckt, weil da ist ja so ein riesen Hype aktuell drin. Jeder benutzt KI, wo es geht. Teilweise auch bei Sachen, die gar keine KI sind, also die man vorher als irgendwie Algorithmen oder sowas verkauft hätte, nutzt man jetzt mit dem Buzzword KI. Wie es vorher ja mit zum Beispiel Blockchain auch der Fall war. Und ja, man hat ja auch keine so genaue Definition von dem Wort. Ab wann hat man nur einen komplexen Algorithmus? Ab wann wird es zu einer KI? Deswegen ist hier so ein skeptischer Blick, denke ich, immer ganz sinnvoll. Bei Sora sehe ich bisher keine Hinweise, dass da irgendwas gefakt sein soll, aber ich finde es gut, dass sie das hier eben direkt klarstellen, so dass es hier nachher keine Diskussion darüber gibt, ob das echt ist oder ob da man auch irgendwie nachgeholfen hat. Wer das Thema KI-Videogenerierung ein bisschen verfolgt hat, der wird da jetzt wahrscheinlich auch beeindruckt sein. Warum? Wenn wir mal gucken, was das Ganze bisher schon geleistet hat, dann ist das schon ein Meilenstein. Hier haben wir jetzt ein Video, das ist von Mitte 2023. Und wenn wir uns das mal da mal reingucken, dann merkt man schon, da sind hier die Gesichter, ja, das ist so ein Problem, Gesichter wirken verschwommen, verzerrt. Hier vor allem, also da merkt man sofort, hier stimmt was nicht mit dem Video. Das ist jetzt mal so eine Parodie aufs Oktoberfest mit einer großen Bierwelle. Also gibt es hier so eine Katastrophe, so ein Unwetter. Und da gibt es teilweise auch ganz komische Artefakte. Hier zum Beispiel, da soll dieser Turm eingesaugt werden. Das wirkt aber eher wie so ein Animationsversuch aus jahrzehntealter Filmtechnologie. Und ja, hier zum Beispiel auch wieder Gesichter. Teilweise auch in Menschenmassen sieht man, wenn da Menschen nebeneinander stehen oder irgendwie in Rangeleien sich befinden, dann wirkt das sehr unnatürlich. Die verschwimmen dann wie zu einer Person. Das kann man hier gleich erkennen. Da gibt es so eine Szene hier zum Beispiel. Also hier mit den Armen, ganz komisch. Auch mit Fingern gibt es dann teilweise Szenen, wo Menschen vier oder sechs Finger haben. Also da war es bisher so. Man konnte zwar schon Videos generieren, es war aber selbst für jemanden, der sich nicht so auskennt, ziemlich offensichtlich, dass hier eben etwas künstlich generiert oder manipuliert wurde zumindest. Doch das ist bei Sora komplett anders. Die Videos sind generell erstmal in einer sehr hohen Qualität. Ihr habt es eben gemerkt, das von letztem Jahr, das war so ein bisschen verschwommen, so comicartig, das ist bei Sora nicht der Fall. Die wirken echt, die wirken authentisch und vor allem bei Menschen sieht man sehr deutlich, die haben ein sehr klares Gesicht, die Konturen passen, Details sind erkennbar, wie zum Beispiel ein Bart oder Wimpern. Es gibt auch ein Video, das zeigt die Nahaufnahme von einem menschlichen Auge und da sieht man auch, das passt soweit, das ist erstaunlich gut. Laut OpenAI wurde Sora speziell auf die Bewegungen in der physischen Welt optimiert. Das Modell dahinter soll also verstehen können, wie sich Objekte verhalten und auch wie Emotionen bei Menschen oder Tieren aussehen. Ein Stück weit hat der Konzern das wieder relativiert. Er sagt, bei komplexeren Szenen, da kann es sein, dass die Physik nicht so ganz passt und es gibt auch Schwierigkeiten dabei, dass Handlungen bestimmte Folgen auslösen, zum Beispiel, wenn jetzt eine Person in einen Keks beißt, dann musst du hier anschließend Bissspuren haben, an der Stelle, wo man abgebissen hat. Das soll teilweise noch fehlen. Also bei solchen Details, da hapert es dann durchaus. Die Architektur und Daten von dem Ganzen, die sollen proprietär bleiben. Das heißt, nur OpenAI bekommt darauf Zugriff und vielleicht noch ein paar ausgewählte Forscher, aber so jetzt als Masse, als jemand, der sich dafür interessiert, kann man da nicht reingucken. Das finde ich ein großes Problem und ein negativer Trend. Das zieht sich ja schon, seit damals das Sprachmodell GPT-4 vorgestellt wurde. Das Ganze hat Nestpolitik gut zusammengefasst in einem Satz, OpenAI ist jetzt Closed AI, denn die waren ja ursprünglich mal mit dem Ansatz gestartet, man möchte das offen gestalten, ihr sollt Zugriff haben und jetzt ist eben das Gegenteil der Fall, also eine 180-Grad-Wende. Finde ich schade, weil bei diesem KI-Thema, da muss ich ja wissen, wie genau setze ich das zusammen, um beurteilen zu können, ob das sinnvoll ist für meinen Anwendungszweck oder sich gar nicht eignet, das wird hier erschwert. Der KI ein wirkliches Verständnis im Sinne von einem Menschen zu unterstellen, das halte ich für eine gewagte Aussage. Das Problem, das wir ja meistens mit diesen Systemen haben, ist, dass sie eben nicht verstehen, was sie da von sich geben. Ein Paradebeispiel finde ich diesen Fall hier, da hat ein Anwalt, JGPT, nach Präzedenzfällen für ein bestimmtes Gerichtsverfahren gefragt, also für eine bestimmte Situation, die er in dem Gerichtsverfahren darstellen wollte. Das Ergebnis war, er hat auch einige bekommen, nur waren die eben komplett erfunden, das hat er aber nicht gemerkt, weil die komplett plausibel waren. Das heißt, das Format hat gepasst, die KI hat da alles bis ins Detail gefälscht, die Beschreibungen waren gefälscht, die Richter, die Urteile, selbst die Urteilsnummern wurden generiert und waren aber nach dem Schema, dass jemand, der das anguckt, denkt, das ist plausibel, das kann passen. Das Ganze ist nur aufgedeckt worden, weil die Gegenseite dann diese Fälle prüfen wollte und hat die halt nirgendwo finden können. Das ist freilich kein Einzelfall, es gab schon mehrere Versuche, man hat da schon viel rumprobiert und hat eben immer wieder gemerkt, das System oder die KI, die hat kein Verständnis, die macht einfach bloß Wahrscheinlichkeitsrechnung und kann zudem manipuliert werden. SORA ist daher ebenfalls nicht 100% perfekt, wie man an diesem Beispiel hier sehen kann, da graben mehrere Menschen im Sand und auf einmal kommt hier irgendwie so ein Papier raus, unter dem kommt dann ein Stuhl hervor, bis jetzt noch seltsam, könnte man sagen, okay, ja, vielleicht eine optische Täuschung, aber hier, da schwebt dann der Stuhl erstmal, ohne dass ihn jemand anfasst und jetzt verformt er sich auch noch, also hier klappt es dann mit der Physik noch nicht so ganz. Von dem her würde ich SORA nicht als die perfekte KI sehen, sondern eher als die nächste Generation, die mit noch mehr Feintuning, noch mehr Daten, ein gutes Stück besser geworden ist, denn das sieht man ja an den anderen Beispielen. Wenn du jetzt damit selbst ein bisschen rumexperimentieren möchtest, dann muss ich dich leider enttäuschen, das System, das derzeit Videos mit bis zu einer Minute Länge generieren kann, ist noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, sondern derzeit nur für einen kleinen Kreis von diesem sogenannten Red Team, das heißt, die sind da gerade am testen und von denen stammen auch die ganzen Beiträge, die man im Internet sehen kann, da gibt es nämlich zum Beispiel vom CEO, gibt es noch weitere Posts, klar, der hat Zugriff drauf, aber auch von anderen Mitgliedern von diesem Programm, die da ein bisschen rumgespielt haben und da teilweise Beispiele ins Internet stellen. Das, was hier zur Demonstration von SORA vorgestellt wurde, ist auf der einen Seite beeindruckend, die Technik, die entwickelt sich rasant weiter, auf der anderen Seite sehe ich da auch eine Gefahr, weil wir als Gesellschaft nicht wirklich darauf vorbereitet sind, dass sowas in größeren Mengen für nahezu jeden verfügbar auf die sozialen Netzwerke, aufs Internet dort eben losgelassen wird. Das fängt damit an, dass die Leute hier schlichtweg eine Gefahr für ihren Lebensunterhalt sehen. Hier in Hollywood hatten wir zum Beispiel das Thema, auch da ging man explizit auf KI ein und wollte da gewisse Rahmenbedingungen schaffen, weil die Leute, die haben dort kein irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen, dass die sagen, okay, dann mache ich halt was anderes, sondern die sehen da wirklich ihre Existenz bedroht und natürlich muss man die da irgendwo mitnehmen und eben nicht gegen die da irgendwas einführen oder denen eben die Lebensgrundlage entziehen. Die brauchen dann irgendeine Alternative. Und das hört eben dabei auf, wo das Ganze missbraucht wird, also gezielt missbraucht wird. Schlimmer wird das, wenn das politisch missbraucht wird. Hier gab es ein relativ harmloses Beispiel vom Papst mit seinem dicken Daunenmantel. Das sah auch schon relativ authentisch aus. Da hat man vor einem Jahr fast so ein Bild schon generieren können. Und das lassen wir eben jetzt auf eine Gesellschaft los, die schon mit den klassischen Mitteln, sage ich mal, ja, ziemlich gut beeinflussbar ist. Hier zum Beispiel, Trump hat ja immer wieder betont, die Wahl sei ihm gestohlen worden, er sei eigentlich der rechtmäßige Präsident. Er konnte das zwar nicht belegen, auch hier immer noch, ein Jahr später gibt es keine Beweise, auch die Richter konnten er nicht überzeugen. Ist also eine Nebelkerze, aber viele Amerikaner, die glauben das, weil Trump mit so viel Information immer mehr rausballert und ständig betont, er wurde hier betrogen. Also das hat schon funktioniert. Und natürlich kann man damit auch schnell Massen mobilisieren. Hier bei Trump zum Beispiel, der wurde auch schon, ja, ein gewisses Opfer. Da wurde hier so ein KI-Bild generiert, wie er angeblich verhaftet wurde. Der wird ja in über 80, 90 Anklagepunkten angeklagt, also ein riesiges, riesige Verfahren, die da laufen. Man sieht es hier schon, das ist ein älteres Bild. Zum Beispiel hier hat man vier Finger, die Hand sieht eh schon komisch aus. Also wenn man das im Detail auseinander nimmt, da merkt man relativ schnell, dass da einige Sachen nicht passen. Aber das wird immer besser. Und in dem Stand, wo das jetzt langsam kommt, da wird es auch gefährlich. Es gibt da auch schon ein paar Beispiele, die relativ, in Anführungsstrichen, harmlos waren. Zum Beispiel hier vom Zentrum für politische Schönheit. Die haben einen Deepfake gemacht. Da wird es nämlich jetzt dann in Richtung Manipulation gehen. Das heißt, hier hat Olaf Scholz verkündet, die AfD wird verboten. Natürlich war das nicht der Fall. Da ist im Moment nichts Konkretes da. Wurde also hier bloß als, ja, Kunst, als Beispiel demonstriert. Andere sind da aber schon wesentlich stärker in Beschuss geraten. Recht aktuell, vom Februar zum Beispiel, hat man festgestellt, gab es von Taylor Swift, also eine der weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen, gab es pornografische Deepfakes. Das ist natürlich, ja, nochmal eine Spur schärfer, weil hier nimmt man dann eben das Gesicht von einer Person und generiert Pornografie oder fügt es in Vorhandene ein. Das kann große Probleme bereiten. Und hier war das eben von einem Internetforum, ein Wettbewerb, wo man eben gucken wollte, wer kann hier am meisten machen. Und das zeigt schon, die Technik, die ist sehr stark vorangeschritten, da ist vieles möglich und da müssen wir jetzt als Gesellschaft gucken, zum einen, wie wir das kontrollieren, dass wir Rahmenbedingungen vorgeben und auch die Menschen darauf vorbereiten, was da kommt, denn wir sind hier noch ziemlich am Anfang, dass wir in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich einiges verändern. Im Moment liegt es an uns, ob das eher zum Guten oder zum Schlechten sein wird. Was denkst du darüber? Schreib es gerne zu uns auf Philipps.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.